Ich bin die Olivia und das ist meine Laterne, eine Euse. Das sind die Ohren. Da habe ich noch richtige Federn dran gemacht. Hier war mal der Schnabel, aber der ist schon abgegangen. Meine Laterne habe ich nämlich selber gebastelt, ganz alleine. Weil heute ist St. Martin. Da machen wir einen großen Umzug, abends im Dunkeln. Jetzt geht's endlich los. Es ist auch schon dunkel. Das ist wichtig. Sonst sieht man unsere schönen Laternen ja gar nicht richtig. Manu, meine Laterne ist runtergefallen. Das ist ganz schön schwierig, den Start wieder ranzumachen. Endlich geschafft. Und wieder Martin, komm und tschau. Jetzt habe ich aber Hunger. Zum Glück bekommen wir alle noch einen Weg, Mann. Und dann, ganz am Ende, wird das große Feuer angemacht. Toll, wie das leuchtet und ganz doll warm macht. rumor schaut, Mann, ganz doll. Bis zum nächsten Mal. Nein!